Wir beginnen die heutigen Vorbesteller-Tipps bei Prez Media und hier wurde ja bereits die Klapperschlange angekündigt für Ende Oktober in zwei verschiedenen Media Book Cover Varianten und zwar in der 4K Ultra HD Version plus Bonus Blu-Ray plus CD, also inklusive Soundtrack. Da gab es Cover Variante E und auch Cover Variante D, hier diese ist noch verfügbar für 39,99 Euro ab dem 25.10.2021, limitiert auf 555 Exemplare und ebenfalls angekündigt war eine Piece of Artbox. Erscheinungsdatum ebenfalls hier der 25.10.2021 für 29,99 Euro. Das Artwork war noch nicht final, Änderungen vorbehalten, aber jetzt ist das finale Artwork raus. Wir sehen hier die Vorder- und die Rückseite und es sieht, wie zu erwarten, scheißgeil aus. Also da können wir uns auf was freuen. Ab Ende Oktober hier die Klapperschlange eben in zwei verschiedenen Media Book Cover Varianten in 4K plus Soundtrack oder eben hier in der Piece of Art Box mit 4K Ultra HD plus Blu-Ray. Dann haben wir angekündigt, die Stunde des Jägers in ein, zwei, drei, vier verschiedenen Cover Varianten. Ich habe hier mal diese Cover Variante herausgesucht und zwar haben wir hier Tommy Lee Jones und Benicio del Toro. Also er war irgendwie so ein super Elite Kämpfer Ausbilder und einer seiner Ex-Soldaten dreht hier irgendwie holt. Erinnert irgendwie auch an Rambo. Ich habe mir vorhin nochmal den Trailer angesehen, ist schon mega lange her, dass ich den Film gesehen habe. Ich glaube, der ist auch von Anfang 2000 der Jahre, 2002, 2003 sowas um den Dreh. Am Anfang muss ich gestehen, habe ich gedacht, was macht denn Leonardo DiCaprio hier? Ein bisschen so, wenn man ganz schief schielt, hat das ein bisschen so den Touch. Ist aber ein cooler Streifen, kommt hier raus von Sinistrange in vier verschiedenen Cover Varianten. Hier haben wir ein wattiertes Media Book 29.10. Also ihr wisst, Ende Oktober geht es richtig krass ab. Jo, dann haben wir eben noch ein paar unwartierte Varianten gehabt, die alle so im 30-Euro-Bereich waren. Das Wartierte mit diesem Cover ist schon extrem teuer, das muss man auch wieder mal sagen. Jo, dann machen wir weiter mit Ginger Lynn Double Feature. Too Northy to Say No und Trashy Lady. Ja, ich denke mal, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, verfügbar ab dem 25.10., wie soll es auch anders sein. Ihr könnt selber mal hier lesen, Prädikat, Honigsüßer, Liebessaft, ja, Special Hardcore Videospielfilm. Sie ist ein Flittchen mit Format, geil aber fein, ja, Trashy Lady auch wurden können lieben. Jo, feuchter, alter, krasser Titel, muss man schon mal sagen. Also da wird schon heftig geworden, ja, in der Rated-X-Version, ja, kann ich mir schon definitiv vorstellen. Also limitiert auf 111 Exemplare. Alle Links unten in der Videobeschreibung. Dann der neueste Streifen von und mit Ryan Reynolds. Haben wir hier Free Guy. Ich dachte eigentlich, das wäre so ein Exklusiv, irgendwie Netflix-Exklusiv oder so. erscheint hier aber auf jeden Fall in einem Steerbook und zwar ab dem 7. Oktober. So weit haben wir da nicht mehr hin. Also das ist doch eine feine Geschichte. Film habe ich noch nicht gesehen. Falls ihr den Film gesehen habt, schreibt mir eure Meinung dazu gerne unten in die Kommentare rein. Soll ja auch wieder ziemlich abgedreht sein. Ja, mit Taika Waititi unter anderem auch. Da ist eigentlich Spaß vorprogrammiert. Und ja, die einen finden ihn gut, die anderen sagen, nee, totaler Schrott. Also von daher scheiden sich mal wieder die Geister. Genauso wie bei Saw Spiral. Da muss man jetzt genauer hinschauen. Hier haben wir Chris Rock und Samuel L. Jackson. Da wissen wir, es geht weiter eben mit Saw der Filmreihe. Und hier ist angekündigt 4K Ultra HD Limited Collectors Edition 49,99. Und noch eine Limited Edition 39,99. Steht aber nichts dran. Mediabook, Digipack, Steelbook bei Amazon findest du hierzu leider nichts. Bei JPC haben wir wenigstens dran stehen. Limited Digibook für 37,99 ab 27.01. Und Limited Steelbook für 29,99. Also das passt. Hier haben wir auch noch beim Saturn ein Steelbook angekündigt für 35,99. Und hier Limited Collectors Edition wird vielleicht dieses Digipack oder sonst was sein. Einmal 4,99 Euro dazu. Und einmal eben keine Versandkosten. Anscheinend hier ab 30 Euro Versandkosten frei, wenn ich das jetzt so hier entnehme. Warum denn nicht? Also kann schon sein. Ich werde auf jeden Fall davon berichten, wenn die Cover Artworks final sind, da wird sich bestimmt noch einiges tun. Hier haben wir zum Beispiel schon ein Steelbook bei Zavi. Ja, Spiral from the Book of Saw. Und ich muss sagen, gefallen tut mir das irgendwie gar nicht. Aber die Geschmäcker sind ja verschieden. Und deshalb schauen wir doch mal. Dann haben wir noch was mit Nicolas Cage und zwar Pig. Da geht es um Nicolas Cage, der sich einfach zurückgezogen hat in die Wildnis. Und sein einziger Freund ist da irgendwie so ein kleines Schweinchen. Und dann kommen irgendwelche Leute und entführen dieses Schweinchen. Und dann wird er wieder zurück in die Zivilisation gezogen. Einmal wieder total abgedreht. Aber gut, das erwartet uns hier. Wir können uns mal ein bisschen so die Bilder angucken. Hier haben wir noch das kleine Schweinchen. Ab dem 19. November 2021 der Film verfügbar. Und dann zu guter Letzt haben wir noch was für alle Manga-Fans. Und zwar Demon Slayer, Komplettbox. Allerdings leider nur in Englisch für 166,99 angekündigt für den 5. Oktober. Und das soll es dann auch gewesen sein mit der heutigen Ausgabe. Knackig, kurz und fein. Ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben, schönes Wochenende und Servus! Ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen.